Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans! Winter ist oft Erkältungszeit und mich hat es auch gerade erwischt und deshalb habe ich euch heute drei Videos zu diesem Thema zusammengeschnitten. Viel Spaß! Lena, spielst du etwas mit mir? Nein, jetzt nicht. Mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich gehe mal zu Mama. Oh, schade. Tomaten, Gurken. Hallo Lena! Mama, mit mir geht es nicht so gut. Ich bin auch ganz müde. Oh, ich bin heute auch ganz schlapp. Lass mal deine Stirn fühlen. Ja, du hast wohl ein bisschen Fieber. Komm, leg dich mal aufs Sofa. Okay. Deck dich gut zu und ruhe dich ein bisschen aus. Mama, mir ist auch ganz kalt. Kann ich mich auch dazu legen? Klar, lege dich doch dort rüber. Schön gemütlich. Ich mache euch jetzt einen leckeren Fruchtshake. Oh ja, lecker. Im Kindergarten sind ja auch fast alle krank. Das war irgendwie klar, dass ihr euch ansteckt. So, das mit dem Einkaufen können wir jetzt auch vergessen. Ich bin so müde. Orangensaft, Bananen und Äpfel habe ich immerhin noch da. Ja, das gibt einen guten Vitaminshake. Schon fertig. Mh, das riecht gut. Da trinke ich nachher auch gleich einen. So, Mädels. Einen für dich, Lena. Danke. Und einen für dich, Anna. Danke. Oh, Anna, du hast aber, glaube ich, auch ein bisschen Fieber. Mama, liest uns das vor. Na gut. Welche Geschichte wollt ihr denn? Die Gespensterparty. Okay. Die Uhr vom Kirchturm schlägt Mitternacht. Ein Gespenst schwebt über den Dachboden. Und hockt sich in einen alten Sessel. Ich kann nicht lesen. Ich muss die ganze Zeit husten. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ach, das tut gut. Wisst ihr was? Ausnahmsweise dürft ihr heute Nachmittag schon mal fernsehen. Oh ja, das wäre cool. Hier kommt eine Natur-Doku über Afrika. Ja, das will ich gucken. Ich lege mich auch gleich zu euch. Ich ziehe mir nur noch schnell etwas anderes an. Am besten meine Jogginghose. Mama! Ja? Schau mal, was da im Fernsehen kommt. Ja, ich komme gleich wieder. Was denn? Eine riesige Schlange. Ah, immer diese Schlangen. Das ist eine der letzten Urwälder Afrikas. Hier direkt vor mir ist eine große Schlange im Baum. Das müsste eine Felsenpython sein. Ich versuche, sie jetzt mal herauszuziehen. Sie versucht, sich am Baum festzuhalten. Sollen wir nicht lieber umschalten? Nein, ich will das sehen. Ich auch. Hattie! Komm, Anna, du musst mal die Nase putzen. Ah, ich brauche auch ein Taschentuch. Es hat uns alle erwischt. Ah, Oma. Hallo, Mama. Du hörst dich aber gar nicht gut an. Bist du krank? Was? Alle krank? Oh, dann komme ich gleich mal kurz rüber und bringe den Kindern etwas vorbei. Alles klar, bis dann. Ihr müsst einen Hustensaft nehmen. Ich will nicht. Ist das der Eklige? Nein, ich glaube, inzwischen haben wir einen anderen. Ah, gut. So, einmal Hustensaft für alle. Einen Löffel für Lena. Und der ist für dich, Anna. So. Das muss Oma sein. Hallo. Hallo, Oma. Schaut, ich habe euch ein Malbuch mitgebracht, damit euch nicht so langweilig ist. Oh, danke, Oma. Dann gehe ich jetzt aber gleich wieder. Ich will mich ja nicht anstecken. Tschüss und gute Besserung. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt schon bald Papa nach Hause. Ich will heute eigentlich gar nicht kochen. Ach, ich bestelle heute einfach mal Pizza. Ja, hier einmal mit Mozzarella und einmal mit Oliven und Peperoni. 20 Minuten. Danke, Tschüss. Ich mag jetzt nicht mehr malen. Wann kommt denn die Pizza? Ja, bald. Ja, also, Pizza für Sie. Oh, das muss dann wohl meine Frau bestellt haben. Danke. Ciao. Was ist denn eigentlich hier los? Hallo, Papa. Ah, wir sind alle krank. Oje, dann bringe ich euch die Pizza direkt zum Sofa rüber. Also, ich habe euch gar nicht richtig kochen. Aber ein kleines Stückchen Essig. Mh, lecker. Meine Lieblingspizza. Hallo. Ja, ich gebe sie dir. Für dich, es ist Lisa. Hallo, Lisa. Hallo, Lena. Ich habe ein neues Mäppchen. Kann ich kurz rüberkommen und es dir zeigen? Das geht leider nicht. Wir sind alle krank. Nicht, dass du dich noch ansteckst. Oh, schade. Dann ist die jetzt bestimmt langweilig, oder? Ach, ich kuschle mit Mama auf dem Sofa. Oma hat mein neues Mahlbuch gebracht. Wir dürften schon am Nachmittag Fernsehen schauen. Und jetzt essen wir Pizza auf dem Sofa. Ja, bis bald. Tschüss. Oh Mann, das hört sich ja richtig schön an. Da wäre ich am liebsten auch krank. Oh nein, bloß nicht. Und jetzt seht ihr, Anna ist erkältet. Hey, ich bin. Ich bin rein. Ja. Was machen die denn da oben? Ich muss mal nachschauen. Was macht ihr denn da? Wir spielen Schwimmen. Aha, ihr könnt ja schon Schwimmen spielen, aber ihr müsst wieder was anziehen. Das geht doch so nicht. Es ist doch noch nicht so warm, dass man mit dem Badeanzug rumspringen kann. Komm, Anna, die Hose wieder anziehen. Oh Mann. Und Lena, du musst dich auch wieder anziehen. Ihr erkältet euch sonst noch. Aber so ist es langweilig. Wir könnten noch rauf gehen und mit Niki spielen. Gute Idee. Mama, wir spielen mit Niki im Garten. Ja, ist gut. Aber ihr müsst noch eine Jacke anziehen. Es ist zwar sonnig, aber noch ziemlich kalt. Niki, komm. So warm. Den Schal brauch ich nicht. Die kommen wieder rein. Es gibt auch gleich Mittagessen. Anna, wo ist denn dein Schal? Im Garten. Ich hol ihn noch schnell. Es gibt Milchreis, euer Lieblingsessen. Mh, lecker. Ich hab keinen Hunger. Oh, geht es dir nicht gut, Anna? Ich bin so müde. Ich leg mich aufs Sofa. Lass mal fühlen. Oje, du hast ein wenig Fieber. Deck dich gut zu. Ich mach mal noch ein Feuer. Ist Anna krank? Ja, sie hat sich wohl erkältet. Sie soll sich ein wenig ausruhen und ich mache einen Tee. Am besten mache ich gleich eine ganze Kanne Tee für uns alle. So, hier ist dein Tee. Ah, das ist gut, Bout. Möchtest du vielleicht Zwiebacken mit Butter und Honig essen? Nein, ich hab keine Butter. Anna, sollen wir ein Buch anschauen? Oh, ja. Hey, du darfst mich nicht so anhusten. Sonst steckst du mich noch an. Hm, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Zum Glück haben wir noch Hustensaft da. Ich hoffe, der ist noch gut. Ah ja, drei Monate nach dem Öffnen haltbar. Muss ich jetzt nur Hustensaft nehmen? Ja, einen Löffel voll. Hm. Prima. Hallo, Papa. Anna hat Fieber. Hallo, Lena. Oh, die arme Anna. Sie hat sich erkältet. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ich bin so müde. Reakst du mich ins Bett, Papa? Ja, klar. Das mache ich gerne. Ich will jetzt schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann geht es dir morgen sicher wieder besser. Ich brauche noch meinen Teddy. Ja, hier bitte. Gute Nacht. Schlaf gut, Anna. Gute Nacht. Oh, ich kann so nicht schlafen. Mama, kann ich zu euch liegen? Anna schnarcht so. Okay. Oh, hier ist schön warm. Ah, ich hab gut geschlafen. Oh, mir tut der Rücken weh. Oh, mir auch. Kein Wunder. Lena liegt quer im Bett. Hallo, Mama. Mir geht's schon besser. Schön, das freut mich. Komm, jetzt gibt es Frühstück. Hallo, Anna. Du hast voll laut geschneicht letzte Nacht. Oh, hab ich gar nicht gemerkt. Wo ist eigentlich der ganze Zwieback hin? Den hab ich vorhin gegessen. Ich hatte schon so Hunger. Oh, ich wollte auch noch Zwieback haben. Ho, 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 ho. Bei dem Appetit scheint es dir ja wirklich schon viel besser zu gehen. Und zum Schluss noch. Anna ist krank. Kinder, es ist Zeit fürs Bett. Ach, nö. Mama, mir ist so komisch. Was ist denn komisch? Der Hals ist zu weh. Und ich friere. Du bist ja ganz heiß. Ich messe jetzt Fieber in deinem Ohr. Puh, 39,3 Grad. Ich gebe dir jetzt einen Fiebersaft. Oh, nein. Doch, das muss sein. Der schmeckt nach Erdbeer. Das Fieber wird bald sinken. Und dann kannst du gut schlafen. Gute Nacht, ihr zwei. Ich bringe schnell den Fiebersaft ins Bad. Und komm dann nochmal. Guten Morgen. Na, wie geht's dir, Anna? Es tut immer noch weh. Ich messe nochmal Fieber. Hm, immer noch. Und du hast einen Ausschlag am Bauch. Wir müssen zur Kinderärztin. Lena, du gehst heute lieber mal nicht in den Kindergarten, falls du dich schon angesteckt hast. Oma kommt gleich rüber und bleibt bei dir. Ja, okay. Guten Morgen. Hier ist Hauser. Anna hat hohes Fieber, Halsweh und einen Ausschlag. Können wir vorbeikommen? Mhm. Okay. Wir fahren gleich los. Hallo, Oma. Ich freue mich, dass du bei mir bleibst. Also, tschüss. Ich hoffe, dass wir nicht lang warten müssen. Tschüss. Hallo. Anna Hauser. Ich hatte vorher angerufen. Ah ja. Bitte nehmen Sie noch kurz Platz. Sie sind dann gleich als nächstes dran. Gut, danke. Ciao, Mama. Oh ja, die Arme. Tschüss. Hallo, Anna. Du darfst mitkommen. So, die Anna darf gerade mal hier auf die Liege sitzen. Anna, wie geht's dir? Mein Hals tut weh. Ich hab Fieber und einen Ausschlag. Hm, das ist natürlich nicht schön. Ich werde dir jetzt mal in den Mund schauen. Damit ich tief in deinen Hals sehe, drücke ich mit diesem Stäbchen auf deine Zunge. Kannst du bitte mal den Mund ganz weit aufmachen und die Zunge rausstrecken? Super. Ja, der Hals ist rot. Und jetzt schaue ich mir noch den Ausschlag am Bauch an. Hm, das ist Scharlach. Um aber ganz sicher zu sein, mache ich noch einen Abstrich. Ist es weh? Nein, du musst nur noch mal den Mund aufmachen. So, kurz das Stäbchen in den Mund und das war's schon. Ja, Streptokokken. Also eindeutig Scharlach. Ich höre dich jetzt noch ab mit diesem Stethoskop. Das kennst du bestimmt schon. Jürgen, ich hab's auch in meinen Arzt. Ah, das ist toll. Und mal feste ein- und ausatmen. Alles in Ordnung. Und mit diesem Otoskop schaue ich noch in deine Ohren. Die sind auch normal. Ich schreibe Ihnen ein Rezept für ein Antibiotikum. Zusätzlich geben Sie bitte den Fiebersaft. Es wird ja bald besser gehen. Vielen Dank. Du bist ganz tapfer, Anna. Bald bist du wieder gesund. Gute Besserung. Tschüss. Tschüss. Hier bitte Ihr Rezept. Danke. Tschüss. Welche Geschichte soll ich vorlesen? Der kleine Bär ist krank. Der bekommt auch einen mit ihm. Aber das nehme ich und so wie ich. Und dann noche Leps. Die Bär ist krank. Bis zum nächsten Mal.